Also ich bin jetzt hier um meinen Verlängerungsvertrag für meine zweite Wohnung zu machen. Die erste Wohnung, die ich mit Herrn Schütt vor sieben Jahren gekauft habe, ist gut angelaufen. Nach zwei Jahren haben wir dann die zweite Wohnung uns in Angriff genommen. Die Anschlussfinanzierung sind wunderbar und zu meiner vollsten Zufriedenheit über die Bühne gegangen, was immer sehr erfreulich ist. Und ich kann nur sagen, dass ich mit Herrn Schütt als Berater, als guter Partner an meiner Seite sehr zufrieden bin. Und ich hoffe, dass wir noch sehr viel zusammenarbeiten in den nächsten Jahren. Kompetent, freundlich, immer sehr freundlich. Das Büro ist auch immer sehr, die Mitarbeiter des Büros sind auch immer sehr nett. Man fühlt sich dort gleich wie zu Hause. Kann ich nur empfehlen. Das Büro ist auch immer sehr, die Mitarbeiter des Büros sind 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 auch immer sehr, die Mitarbeiter des Büros